Ich darf zum Bio-Kalbstafelspitz von unserem Koch, von Klaus, einen schönen Trattmann, einen Blaupurgunder von der Kellerei Girland empfehlen. Das ist ein Reserva, der ist von 2014. Reserva heißt, ist zwölf Monate im kleinen Eichenfass und acht Monate im großen Eichenfass gelagert und passt hervorragend zu Fleischspeisen, auch Wildbrett, Lamm. Den werden wir jetzt mal öffnen und testen, ob er gut dazu passt. Ich bin angehende Sommelier, werde mein Bestes geben, dass ich die Schule hinkriege. Dauert noch ein bisschen, deswegen müssen wir immer viel verkosten, auch mit den Gästen. Also der Blaupurgunder ist 100% Blaupurgunder-Traube, ist ein vollmundiger, mit stark ausgeprägten, dunklen Beeren. Passend, perfekt. Vollmundig, mit dunklen Beeren, ausgeprägt, lang anhaltend im Abgang, ein perfekt passender Wein zu unserem Bio-Kalbstafelspitz mit Steinpilzen.